Hallo, willkommen zu dem neuen Funke-Video, sozusagen von mir hier ein Knallfrösche C-Video und zwar, äh, sind das hier die Knallfrösche C? Ach, kann ich mir denken Ja, und dann geht's auch schon los So sehen die auch aus, ah ja, sind alle draußen äh, ich halte hier zuerst mal eine Hand richtige graue gedrehte Lunte machen einen Top, super guten Eindruck Ja, halt, frische, dann viel Spaß So, Funke-Frosch C Okay, aber die sind da gehüpft Die sind richtig gut gehüpft Hey, die sind besser als die, äh, B gesprungen Also, ja, super Sache Ciao, bis zum nächsten Video Ciao Ciao